So, Bauarbeiter ist erfunden worden. So, Bauernhof ist fertig. So, Inge ist erwachsen. Wir können ein Jägerzelt hier hinsetzen und ein Fischerzelt. So, hierhin. 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 Hierhin. So, 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 hierhin. liegt auch. So, hierhin. So, hierhin. So, hierhin. So, hierhin. hierhin. So, hierhin. So, hierhin. So, hierhin. hierhin. So, 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 hierhin. Müde, okay. Jägerzelt, mhm. Da sollten wir schon mal die ersten Leute verheiraten. Ja, Wüde. So, Wüde ist fertig. Wir brauchen aber erstmal Weizen. So, wieviel verheir... äh, achso. Alleinstehende. Frauen haben wir denn noch? Eine. Und die sollten wir dann mit Ansgar verheiraten. Da der dann unser Jäger wird gleich. Wieviel Bauarbeiter haben wir gerade? Sechs, okay. Gut, wir haben den Lebenssammler. Hanska, du bist jetzt Jäger. Jäger. Jawel. Oh, wir bauen das erste Zwei-Familien-Haus für unsere Bauarbeiter. Das wäre dann in dem Fall Sven auf jeden Fall, wenn ich ihn finde. Eigentlich meinte ich, du sollst da einziehen, aber auch gut. Und nehmen wir ruhig Alf. Hm, ja? So, Aska und Alf, woher bin ich? darin es wenn und all das ist motto war oder bot war genau ist jetzt erst bei uns fischer so sobald der erste weizen eintrudelt wobei wir hätten eigentlich genug weizen macht uns gleich mal den bilder der stelle wie unsere essens produktion aufgebaut haben umso besser hier scheint es eine zivilisation zu geben hier ist nämlich die pilzfarm ist jetzt nur die frage freundlich oder feindlich auf jeden fall schäferisch an der küsse des meeres erhoben sich eine kleine meier stadt unsere kunstschaft erhielt sich zunächst für ein außenposten der regenkrieger und hatte bereits mit seinem leben abgeschlossen als die meiers ihn entdeckten daher war er sehr überrascht als er freundlich begrüßt und wenn ihr dorf eingeladen wurden die kua sind also davon wir von ihnen litten schon lange unter den anhängern des regengottes wir selbst teilen ihren glaubt nicht weswegen sie von ihnen unterjocht und zu hohen abgaben gezogen worden waren doch für uns bereitet sie aus ihren letzten nahrungsmitteln noch ein karges gast mal also war nicht alle meiers blutrünstige wilde am abend nahm mich ihr weiser anführer montemantu zur seite und trotz der gefahr dass quetzter kordel ihn bestrafen könnte verriet er uns die größte schwäche des regenkultes sollte es uns gelingen ihren großen tempel zu zerstören und den kot zu vertreiben da wäre uns der sieg gewiss nach einem solchen hinterweis hatten wir gesucht und hatten wir eine wirkliche chance gegen die überwacht zum bestehen als wir gerade wieder aufbrechen wollten ihn montemantu uns noch einmal zurück und versprach uns freundschaft und reiche handelsbeziehungen wenn wir uns wenn wir seinem folge einige unserer eisenwerkzeuge überlassen könnten es war im sichtlichen unangenehm und darum uns darum zu bitten aber quetzter kordel hatte ihnen an ihre habe geraubt liefere die gewünschten eisenwerkzeuge wenn du ihnen helfen willst als tributzahlung ja da müssen wir erstmal eisenwerkzeuge herstellen für was bieten sie uns 1 zu 1 gold für eisenwerkzeuge schon mal nicht schlecht weizen pilze wäre auch nicht schlecht hier sind auch noch mal steinchen und wir brauchen jetzt jemanden der den bauernhof besitzt aber erst einmal ein zweifamilienhaus hier oben machen wir am besten hier sven frau ach erst mal nahrung ein liefern und dann brauchen wir von unseren bauarbeitern also alf und sven fallen raus das heißt knut du wirst dann farmer weil der weizen wird reif muss geerntet werden und dann kann ich das schreiben ... ... ... ...